Yo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel FIFA Allstars und heute haben wir endlich wieder mal nach langer Zeit ein Pack Opening am Start. Wir werden heute 5 von diesen 35k Packs ziehen. Wir haben natürlich Lionel Messi, Ronaldo, Suarez und viele weitere Spiele als Team of the Season Karten am Start. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in die Packs. Das Ganze werde ich jetzt live kommentieren. Und das erste 35k Pack, das bringt uns den Spieler namens Huntela, Huntela, natürlich kein guter Start. Mike Korn haben wir auch noch am Start. Kavachal, dann haben wir hier noch ein paar weitere Objekte. Sehr, sehr viele Spieler, das ist auf jeden Fall das Positive an diesen 35k Packs. Deswegen liebe ich sie so sehr. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum zweiten Pack. Und in diesem Pack wird drinnen sein, ich tippe auf Ronaldo, Team of the Season und es ist Abelor von Real Madrid. Immerhin ein Real Madrid Spieler. Naja, naja, gut. Juho haben wir auch noch am Start Aubameyang. Leider war der letzte Woche im Team of the Season. Wie geil wäre das gewesen, wenn wir den jetzt als 99 Tempo Karte gezogen hätten. Ich wäre so ausgerastet. Das könnt ihr euch vorstellen. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Pack. Und da haben wir Fernandinho drinnen, den Trollhazard und Lord Bendner. Der wird natürlich im Verein gespeichert, keine Frage. Und sonst haben wir hier noch viele weitere Objekte. Fernandinho auf jeden Fall. Ein Spieler mit sehr, sehr guten Aroundwerten. Aber natürlich auch nichts. Werden können wir sofort ablegen. Und dann haben wir jetzt schon über 100.000 Münzen rausgehauen, um diese Packs zu öffnen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum vierten Pack. Und da haben wir Emenike, die Pace-Hure drinnen. Emenike, natürlich kein schlechter Mann, aber natürlich auch gar nichts wert. Das ist eben das Bittere an diesen Spielern. Sie sind gut, sie sind in-game richtige Biester. Aber natürlich ist gar nichts wert. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten 35 K-Packs. Herzklopfen angesagt. Ich hoffe, dass wir nochmal einen geilen Spieler ziehen. Und wir bekommen im allerletzten Pack einen Team of the Season. Chris Moore, ich glaub's nicht. Chris Moore, Team of the Season. Ja, ja. Und ich überlege noch so, soll ich wirklich ein Pack-Opening machen? Ich will meine Münzen nicht raushauen. Und dann haben wir hier Chris Moore, Team of the Season. Alter, wenn ihr mich jetzt in der Face-Camp sehen würdet, ihr würdet euer Leben nicht mehr verstehen. Ich bin so... Alter. Alter. Ich schicke das an FGU. FIFA Goals United. Hier ist meine Pack-Reaction. Ich hoffe, ich bin drin. Alter, wie geil. Alter. Der verkauft sich sogar. Alter. Ich pack mein Leben grad echt nicht. Das ist kein Spaß. Das ist nicht gespielt. Ich freu mich grad einfach nur übermäßig. Und dafür müsst ihr auf jeden Fall 20 Daumen nach oben dalassen. Das ist ein sehr hoher Wert an Likes. Und ich freu mich richtig. Ich bin grad richtig, richtig über drüber. Hab grad einen mega Überflieger. Ich bin richtig, richtig happy. Und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben dalassen. Abonniert mich und so weiter und so fort. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem krassen Pack-Opening mit Chris Moore 91. Und dann sag ich auch schon wie immer. Ciao, Leute. FIFA Stars.